Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Jöni und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video. Ja Freunde, wie ihr im Titel gesehen habt, ich bin der neue offizielle Content Creator für Borussia Dortmund. Film ab! Wie würdest du dich entscheiden, wenn du für einen der größten Vereine der Welt spielen könntest? Was würdest du dafür geben, im schwarz-gelben Trikot zu treffen, um zu siegen? Ich darf den BVB auf dem Weg in den E-Football begleiten. Glaubt mir, wir haben richtig coole Sachen für euch geplant. Gemeinsam werden wir sehr viel Spaß haben und dafür hole ich mir noch ein paar Jungs an die Seite. Let's go! Jetzt Junge, Haaland marschiert, Ziel ab, Tor! Der kann es jetzt machen! Der kann es machen! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja Freunde, ihr habt den Trailer gesehen. Auf jeden Fall sehr, sehr krass. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die meisten haben es ja sicherlich schon auch auf Instagram mitbekommen. Und ich dachte mir, ich mache mal hier ein kleines Video und erzähle euch so ein bisschen, wie das Ganze zustande gekommen ist und was hinter diesem Projekt BVB E-Football steckt. Erstmal wollte ich mich bei euch allen bedanken. Ich weiß, ich bedanke mich ziemlich oft in letzter Zeit, aber es kommt auch wirklich vom Herzen, Leute. Denn ohne euch wäre ich einfach nicht da, wo ich jetzt bin. Dann wäre niemals so ein riesen Projekt zustande gekommen. Ich meine, überlegt mal. Ich habe 2010 angefangen, in meinem Kinderzimmer bei meinen Eltern zu Hause FIFA-Videos zu machen, Compilations von meinen besten Toren. Und jetzt, zehn Jahre später, bin ich bei einem der größten Vereine der Welt unter Vertrag und darf der offizielle Content Creator sein. Und das macht mich natürlich mega stolz. Lasst schon mal einen dicken Daumen nach oben da, Freunde, wenn ihr euch für mich freut. Ich bin natürlich sehr geehrt, das Ganze machen zu dürfen. Und bevor jetzt wieder einige in die Kommentare schreiben, ey, du kommst doch aus Düsseldorf, wie kann das sein? An der Stelle, guck mal, jeder von euch da draußen hat wahrscheinlich seinen Lieblingsverein, den er supportet. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Wenn einer jetzt von euch zum Beispiel Fan von, keine Ahnung, Braunschweig ist oder sonst irgendwas, dann respektiere ich das und fange nicht an, die Mannschaft irgendwie zu beleidigen oder sowas. Weil sowas macht man einfach nicht. Jeder soll den Verein supporten, den er möchte. Ich habe natürlich auch bestimmt viele Leute, die den BVB supporten, keine Frage. Aber ich wollte nochmal an dieser Stelle klargestellt haben, dass ich natürlich aus Düsseldorf komme. Und wenn Düsseldorf natürlich in die erste Bundesliga aufsteigt oder den DFB-Pokal zwei Runden weiterkommt und übersteht, dann freut man sich natürlich als Düsseldorfer, keine Frage. Aber ich habe nie gesagt, dass ich jetzt groß irgendwie Düsseldorf-Fan bin, jede Woche im Stadion bin. Sondern den Verein, weil es meine Heimatstadt ist, unterstütze. Aber ich habe auch immer gesagt, und das wissen meine treuen Zuschauer, dass ich den BVB genauso supporte. Und ich war auch die letzten Monate, wo man noch ins Stadion gehen durfte, bei der Champions League immer dabei, bei Ligaspielen. Auch BVB Düsseldorf, BVB Bayern und, und, und. Da war ich überall im Stadion gewesen. Und das ist für mich eine Riesenehre, bei diesem Verein jetzt einfach der Content-Creator zu sein und Videos machen zu dürfen. Deshalb wollte ich an dieser Stelle das nochmal erwähnt haben, Freunde, bevor der ein oder andere das wieder in die Kommentare schreibt. Natürlich wird es ein komplettes Team geben. Ich werde mir noch zwei Spieler an die Seite holen, die ihr gleich am Ende des Videos sehen werdet. Oder vielleicht hat der ein oder andere das auch schon auf Instagram gesehen. Falls ihr Instagram noch nicht ausgecheckt habt, macht das gerne, Leute. Und ja, das Ganze ging auf jeden Fall so los. Ich habe ja für ein paar Monate den BVB bei der Bundesliga-Home-Challenge vertreten. Und da war Dortmund noch gar nicht in diesem E-Sport-Bereich, E-Football-Bereich drinnen gewesen. Und die hatten es auch eigentlich gar nicht so vorgehabt. Und dann haben die gesehen, dass ich das Ganze sehr, sehr gut umgesetzt habe. Waren zufrieden mit meiner Leistung, wie das auch alles in so kurzer Zeit umgesetzt wurde. Woche für Woche habe ich dann jedes Mal die Bundesliga-Home-Challenge mit dem BVB gespielt gemeinsam. Und das hat natürlich auch mega Spaß gemacht. Und die haben gesehen, ah geil, das kommt ja auch gut bei unseren Zuschauern an. Und so ging das Projekt dann zustande. Und jetzt, nach ungefähr fünf Monaten später, bin ich nun der offizielle Content-Creator und wirklich auch sehr, sehr stolz drauf. Was ist geplant? Viele denken jetzt, ja, BVB macht ein E-Sports-Team auf. Und jetzt geht es nur darum, mir wirklich jedes Turnier zu rasieren oder sonst irgendwas. Nein, das ist nicht das erste Ziel des BVBs bei diesem großen Projekt. Sondern es geht hauptsächlich darum, Spaß, Unterhaltung, Entertainment, Zusammenarbeit mit den Fans, coole Formate auf die Beine zu stellen. Und dafür bin ich auf jeden Fall mit am Start. Und werde natürlich in Zukunft auch mit dem ein oder anderen Profispieler coole Videos aufnehmen und Formate. Ich habe ja schon in den letzten Wochen auf dem BVB-Kanal einiges hochgeladen. An Interviews mit Sancho, mit Zagadou, mit Akanji, mit Guerreiro, also mit den verschiedensten Dortmund-Stars. Und das wird natürlich alles auch nach Corona, wenn das Ganze jetzt hoffentlich mal bald vorbei ist, persönlich stattfinden. Dass ich auch mal vielleicht eine Fußball-Challenge aufnehmen kann. Sowohl für den Kanal, als auch für den BVB-Kanal. Aber wenn jetzt jemand denkt, es wird sich jetzt alles irgendwie bei mir ändern oder so, das ist auf keinen Fall. Ich werde ganz normal weiter streamen. Und es wird alles ganz normal weitergehen, wie ihr es auch von mir vorher gewohnt seid, Leute. Nur, dass ich jetzt halt ein Teil von diesem großen Projekt bin. Und das ist halt alles geplant. Es sind zwei E-Sportler mit an Bord geholt worden. Die werde ich euch gleich am Ende des Videos nochmal zeigen, bei unserem zweiten Trailer. Und die werden natürlich auch bei Turnieren mitspielen. Und wenn die mal weit kommen oder auch bei Weltmeisterschaften, dann ist es so. Dann freut man sich natürlich, keine Frage. Aber das ist nicht der Hauptfokus bei diesem großen Projekt. Und es wurden auf jeden Fall bewusst zwei junge E-Sportler mit ans Bord geholt, die jetzt 16 Jahre alt sind. Und nicht irgendwie Profis, die schon dreimal die Deutsche Meisterschaft geholt haben oder sowas. Weil ihr kennt es ja von Dortmund, die fördern immer jüngere Spieler. Wieder bestes Beispiel ein Jadon Sancho, der vor zwei Jahren zu Dortmund gekommen ist. Gegen den ich auch schon auf der Gamescom gespielt hatte vor zwei Jahren, wo ihn niemand kannte. Und jetzt einer der größten Weltstars geworden ist. Oder auch ein Haarland, der neu zur BVB gekommen ist und da jetzt alles rasiert. Dafür steht halt der BVB. Und so wollen die es auch in dem E-Football-Bereich angehen. Dass man sich zuerst jüngere Spieler holt, die auch mit unserem Coach fördert. Wir haben ja auch einen Coach am Start. Und der wird dann die Jungs auf dem Weg begleiten. Und aus denen versuchen, richtig gute FIFA-Spieler zu machen. Und dann kann man auch diese Road to Glory, sage ich mal, sehen. Wie die jüngeren Spieler sich entwickeln. Und vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr schon ganz oben mitspielen. Und das finde ich auf jeden Fall auch geil. Und nicht so, dass man jetzt einfach, keine Ahnung, mit dem besten Spieler holt. Und zack, hier ist der BVB. Das fand ich auf jeden Fall bei der Sache sehr, sehr cool. Und deshalb werde ich das auch unterstützen. Und die Jungs auf jeden Fall bestenfalls begleiten. Und auch auf Turnieren, wenn sie mal so weit sind, dass sie qualifiziert sind. Dass ich dann da auf jeden Fall auch mitfahre. Das Ganze vielleicht vlogge und, und, und. Und ich möchte das Video auch nicht allzu lang halten. Ich wollte euch nur da draußen informieren. Und bin sehr, sehr stolz über diesen großen Schritt. Das ist, glaube ich, für mich der größte Schritt in meiner ganzen YouTube-Universität. Influencer-Laufbahn, den ich bisher gemacht habe. Für so einen großen Verein spielen zu dürfen. Der Content-Creator zu sein. Und auch zu sehen, wie dann das eigene Video bei Dortmund auf Instagram gepostet wird. Oder auf dem YouTube-Kanal. Ist für einen natürlich eine große Ehre. Und daneben dann so ein Foto von Sancho zu sehen. Und dann bin ich einfach da. Es haben auch schon verschiedene Zeitungen und Internetportale darüber berichtet. Und ja, wirklich an dieser Stelle ein großes Dankeschön an jeden Einzelnen von euch, der mich da draußen supportet. Ich weiß, jeder von euch wird kein BVB sein. Das ist ja auch völlig normal, Leute. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber respektiert natürlich auch die Vereine von anderen Leuten. Das ist ganz wichtig an dieser Stelle. Und ja, der BVB wird jetzt am Freitag mit einem Twitch-Kanal an den Start gehen. Dort werde ich auch einmal die Woche wahrscheinlich streamen. Und da könnt ihr mich dann auf jeden Fall auch sehen. Deshalb könnt ihr den gerne auch mal auschecken, Leute. Und ja, würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn ihr mein Instagram-Foto auscheckt. Das steht fast vor 60.000 Likes. Ich glaube, ich hatte noch nie ein Foto, was 60.000 Likes hatte. Und das habt ihr auch mega gefeiert. Und wirklich an dieser Stelle nochmal ein riesen Dankeschön. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt Danke gesagt habe. Aber das wird ein Projekt sein, was vom Herzen kommt. Wo wir alle hinterstehen. Vielleicht kann ich auch mal im Stream coole Sachen verlosen. Wenn jetzt mal die Champions League ist, vielleicht bekomme ich dann den Ball und kann ihn dann euch verlosen. Oder ein unterschriebenes Trikot. Das wird alles noch kommen. Deshalb checkt natürlich auch meinen Twitch-Kanal aus. Oben in der Beschreibung verlinkt. Dort streame ich wirklich fast jeden Tag. Also wer sich denkt, warum streamt der Öni nicht? Ich stream nicht mehr auf YouTube, sondern auf Twitch. Kommt dort vorbei. Lasst ein Abo da. In FIFA 21 werden wir gemeinsam rocken, Leute. Ich hoffe, ihr seid alle mit am Start. Lasst einen Daumen nach oben da. Und jetzt zum Schluss gibt es nochmal den zweiten finalen Announcement-Trailer, wo das komplette Team vorgestellt wird. Checkt das aus. Lasst einen Daumen nach oben da. Viel Spaß mit dem Video. Haut rein und ciao. Jungs, es ist soweit. Ich brauche eure Hilfe. Wir treffen uns am Trainingsgelände. Ich warte auf euch. Das wird mega. Komm mit, Jungs. Komm mit, Jungs. Komm mit, Jungs! ! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020